Freitag, der Tag an dem Mauern fielen. Der 11. Tag im Monat Mai war der Tag, an dem in Kaliningrad mehrere Mauern fielen. Zum einen wurde die Mauer am Fußballstadion und baldiger abgerissen und zum anderen fiel der Bauzaun rings um die Ausgrabungen des Königsschlosses. Man muss in der Vergangenheit schon einige Geheimorte kennen, um Film- und Fotoaufnahmen von den Ausgrabungen des Königsschlosses im Kaliningrader Stadtzentrum machen zu können. Jetzt sind die Bauzäune gefallen und es zeigt sich, wie umfangreich in den letzten Monaten gearbeitet wurde. Es zeigt sich aber auch, wie viel Arbeit noch bevorsteht. Und bis zur Fußball-Weltmeisterschaft verbleiben nur noch wenige Tage. Noch ist kein freier Besuch der Baustelle möglich, aber wer sich ein Überblick verschaffen will, kann dies trotzdem aus einer geringen Entfernung tun. In wenigen Tagen wird auch der Fußweg auf dem Lewinsky-Prospekt instand gesetzt und die Treppen auf der Ausgrabungsstelle selber werden fertiggestellt sein. Leider wird der ursprüngliche Gedanke, die bisherigen Ausgrabungen mit einem gläsernen Sarkophag zu überdecken, nicht umgesetzt. Ein Teil der Ausgrabungen wird durch Verschüttung mit Sand konserviert. Weitere Pläne sind nicht bekannt. Wir 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 sind bekannt. Wir sind bekannt. Untertitelung des ZDF, 2020